Matthias Habich, ein berühmter Komiker und talentierter deutscher Radioschauspieler, hinterließ einen herzzerreißenden Moment in den Herzen seiner Fans, als er an einem dunklen Tag im Januar 2024 plötzlich verstarb. Ein plötzlicher akuter Herzinfarkt verlor ein bemerkenswertes Talent, das das Publikum jahrzehntelang fasziniert hatte. Matthias Habich wurde am 12. Januar 1940 in Danzig geboren, einer turbulenten Zeit in der politischen und sozialen Geschichte. Er ist bekannt für seine vielfältige Karriere, die Schauspiel-, Regie- und Arbeit im Fernsehen und Radio umfasst. Habichs Vielseitigkeit hat reichhaltige und beeindruckende Kunstwerke geschaffen, die einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen. Habich ist nicht nur ein berühmter Schauspieler, sondern auch eine beliebte Radiopersönlichkeit bei deutschen Hörern. Mit seinem warmen Ton und seinem feinfühligen Ohr hat er Millionen von Zuhörern angezogen und unvergessliche Momente im Radio geschaffen. Habichs Tätigkeit beschränkt sich nicht nur auf den künstlerischen Bereich, sondern erstreckt sich auch auf die Bereiche Regie und Drehbuch. Seine Vielseitigkeit wurde durch viele verschiedene künstlerische Projekte gezeigt, von der Bühne bis hin zu kleinen und großen Leinwänden. Er ist ein multidimensionaler Künstler, der immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten ist, sich selbst herauszufordern und Kreativität zu entdecken. Im Leben von Matthias Habich geht es nicht nur um seine Karriere, sondern auch um seinen Beitrag zur Künstlergemeinschaft und Gesellschaft. Er nimmt regelmäßig an Wohltätigkeitsaktivitäten teil und arbeitet mit humanitären Organisationen zusammen. Sein Scharfsinn und seine Menschlichkeit trugen dazu bei, ein positives Bild des Künstlers zu schaffen, nicht nur durch seine Kunstwerke, sondern auch durch sein Mitgefühl und seine persönliche Ethik. Der Tod von Matthias Habich, auch als großer trauriger Vorfall bekannt, hinterließ eine dunkle Lücke in der deutschen Kunstszene. Sein Tod ist nicht nur ein Verlust für seine Familie, Freunde und Fans, sondern auch ein Verlust für die gesamte deutsche Kunstszene. Diejenigen, die Matthias Habich liebten, kamen zusammen, um ihre Trauer zu teilen und sich an seine großen Beiträge zur Kunst zu erinnern. Ehrungen, Ausstellungen und Kunstveranstaltungen werden organisiert, um das Talent und die Hingabe eines Künstlers zu würdigen, der tiefe Spuren in den Herzen der Fans hinterlassen hat. Die Nachwelt wird sich immer an Matthias Habich erinnern, der ein leidenschaftliches Leben führte und kontinuierlich zur Kunst beitrug. Seine Werke und sein Einfluss werden in den Herzen der Kunstliebhaber weiterleben und das kulturelle Erbe Deutschlands bereichern. Matthias Habich, ein talentierter deutscher Schauspieler und Radiomoderator, hat tiefgreifende Spuren in der Welt der Kunst hinterlassen. Sein Leben und seine Karriere waren eine Reise voller Herausforderungen und Erfolge, geprägt von seiner Vielseitigkeit und Leidenschaft für die Kunst. Matthias Habich wurde am 12. Januar 1940 in Danzig geboren, einer Stadt an der Küste des Drei Baltikums, heute in Polen. Zu dieser Zeit war die Welt mit den Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs beschäftigt und Habich wuchs in einem schwierigen und volatilen sozialen Umfeld auf. Die kreative und neugierige Persönlichkeit von Matthias Habich entwickelte sich bereits in jungen Jahren. 1965 betrat er die Kunstwelt mit einer Hauptrolle in der Fernsehserie, Undine, unter der Regie von Peter Bove. Dies war der Beginn von Habichs brillanter Schauspielkarriere. Die Karriere von Matthias Habich beschränkt sich nicht nur auf das Kino, sondern erstreckt sich auch auf Theater und Radiokunst. Mit mehr als 110 Film- und Fernseharbeiten hat er seine Vielseitigkeit und Fähigkeit, sich auf viele verschiedene Rollen einzustellen, unter Beweis gestellt. Großer Erfolg gelang ihm 1973, als er in der Fernsehserie »Die seltsame Lebensgeschichte des Friedrich-Freiherrn von der Trenk«, die Hauptrolle des preußischen Offiziers Friedrich von der Trenk spielte. Dieser von Regisseur Fritz Ungilter inszenierte Film war nicht nur ein Höhepunkt in Habichs Karriere. Friedrich von Thun war ein bemerkenswerter deutscher Schauspieler, der im Laufe seiner Karriere eine beeindruckende Bandbreite von Rollen spielte. Dieses Video wird Ihnen einen Einblick in sein tragisches Leben und seine beeindruckende Karriere geben. Friedrich von Thun verbrachte seine frühen Jahre in Österreich, wo er am 30. Juni 1942 in Maria Pfarr geboren wurde. Seine Eltern entstammten einer wohlhabenden österreichischen Familie. Schon in jungen Jahren zeigte er ein außergewöhnliches Interesse am Theater und der Schauspielerei. Nach seiner schulischen Ausbildung erschiet sich Friedrich von Thun, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und begann seine Ausbildung an der renommierten Schauspielschule in Wien. Dort entwickelte er seine schauspielerischen Fähigkeiten und erwarb das notwendige Handwerkszeug, um in der Welt des Theaters und Films erfolgreich zu sein. Seine Ausbildung an der Schauspielschule legte den Grundstein für seine spätere Karriere. Friedrich von Thun nutzte diese Zeit, um seine schauspielerischen Talente zu verfeinern und sich auf die Herausforderungen vorzubereiten, die in der Unterhaltungsindustrie auf ihn warteten. Diese frühe Ausbildung und Hingabe zur Schauspielerei legten den Grundstein für den Aufstieg von Friedrich von Thun zu einem angesehenen Schauspieler in Deutschland und darüber hinaus. Seine Fähigkeiten und sein Engagement während seiner Ausbildung trugen maßgeblich zu seinem späteren Erfolg in der Welt des Theaters und des Films bei. Der Aufstieg von Friedrich von Thun zum Schauspielstar war geprägt von Talent, hingebungsvoller Arbeit und einer leidenschaftlichen Liebe zur Schauspielerei. Nachdem er seine Ausbildung an der Schauspielschule in Wien abgeschlossen hatte, begann er seine Schauspielkarriere in Deutschland. Schon früh zeichnete es sich von Thun durch sein beeindruckendes schauspielerisches Talent aus. Seine Auftritte auf der Theaterbühne waren geprägt von Leidenschaft, Präsenz und einer tiefen Verbindung zu den von ihm dargestellten Charakteren. Das Publikum und die Kritiker erkannten schnell sein Potenzial und seine Fähigkeit, die Zuschauer in den Bann zu ziehen. Während seiner Anfangsjahre in der Schauspielbranche spielte Friedrich von Thun in verschiedenen Theaterproduktionen und erwarb sich einen Ruf als aufstrebendes Talent. Seine herausragenden Leistungen auf der Bühne öffneten ihm Türen zu immer anspruchsvolleren Rollen und führten zu einer stetig wachsenden Fangemeinde. Mit seinem Engagement, seiner Hingabe und seiner Fähigkeit, sich in die Rollen zu vertiefen, eroberte von Thun die Herzen von Theaterbesuchern im gesamten deutschsprachigen Raum. Sein Aufstieg war geprägt von harter Arbeit, Entschlossenheit und dem ständigen Streben nach schauspielerischer Exzellenz. Der Schritt in die Welt des Films und des Fernsehens kam für Friedrich von Thun als natürliche Weiterentwicklung seiner Karriere. Seine schauspielerische Bandbreite und seine Fähigkeit, sich in verschiedene Charaktere hineinzuversetzen, machten ihn zu einer gefragten Persönlichkeit in der Unterhaltungsindustrie. Von Thun etablierte sich als eine der markantesten Figuren in der deutschen Schauspielwelt. Sein Aufstieg zum Schauspielstar war nicht nur das Ergebnis von Talent und Leidenschaft, sondern auch von harter Arbeit, Engagement und dem Streben nach Perfektion in seinem Handwerk. Sein Name wurde zu einem Synonym für schauspielerische Brillanz und sein Erfolg zu einer Inspirationsquelle für viele aufstrebende Schauspieler. Friedrich von Thun hatte nicht nur auf der Theaterbühne Erfolg, sondern eroberte auch die Welt des Films und Fernsehens mit beeindruckender Vielseitigkeit. Seine Fähigkeit, sich in unterschiedliche Charaktere zu verwandeln, machten ihn zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit in der Unterhaltungsindustrie. Im Bereich des Films brillierte Friedrich von Thun mit einer Vielzahl von Rollen, die sein schauspielerisches Können unter Beweis stellten. Von dramatischen Charakteren bis hin zu komödiantischen Figuren beherrschte er ein breites Spektrum an Rollen. Seine Auftritte in verschiedenen Genres ernteten sowohl Anerkennung von Kritikern als auch die Begeisterung des Publikums. Im deutschen Fernsehen war Friedrich von Thun ebenfalls äußerst erfolgreich. Er trat in zahlreichen Fernsehproduktionen auf,